...Land, was für Migrantinnen und Migranten offen ist, was Leute anzieht, die wir übrigens dringend brauchen, nicht nur die Fachkräfte, sondern weil wir auch Menschen hier brauchen, die in unserem Sozialsystem zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlen. ...Leg mich am Arsch, leg mich am Arsch, leg mich am Arsch, leg mich am Arsch. ...Om die Kampanoa heute und so.